Noch eine Idee. Im Center Park gibt es ja keinen Backofen. Meine Kinder, die lieben Pizza. Und ich nehme dann immer unsere Partypfanne mit, mit Decke. Und dann machen wir unsere Pizza halt in der Partypfanne. Wir backen da auch unsere Brötchen drin auf. Wenn wir unten Backpapier reintun oder Baguette, dann gibt es Kräuterbaguette mit Schnitzel und grünem Salat. Die Schnitzel mache ich auch in der Partypfanne. Oder Käsespätzle. Alles in das Ding hinein. Und dann bin ich immer ganz schnell fertig und habe ganz frisch gekocht. Und das geht bombig. Und mir fehlt nichts am Backofen. Und wir haben immer was Frisches. Nur mal so eine Idee.